Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so klappt, was ich vorhabe. All of that for a frankfurter. Well, at least it's koscher. Oh. Hallo? Nicht ganz so, wie ich gedacht habe. Vor allem an die Kinder noch im Weg. Also, zurück und ein neues Westchen holen. Aber der Ansatz her stimmt, denke ich, schon mal. Na los. Spuck's schon raus. Na, dann komm mal, du Monster. Nur nicht fressen lassen. This has gone on long enough. Ich glaube, es ist wahr, was sie sagen. Wenn du eine Omelette machen willst, musst du den letzten Mitglied von einer alten Spezies zu Oblivion konzentrieren, während du jemanden lebenslosen Tränen und Wunsch verletzt hast. Warenmeister geöffnet werden. Da haben wir noch Archäologen. Tödliches Dynamit. Okay. Dann fehlt nur noch eins und das erste natürlich. Einen waren Meister. Muss man da vielleicht die ganzen Dinger herkennen. Das haben wir hier. Für einen friedvollen Geist kann auch die leichteste Sache am schwersten sein. Wo geht's denn? Und das hier alles ist in der Höhle drin. Ach du Schande. Wo geht's denn hier lang? Da brauchen wir wahrscheinlich einen Mönch für den Stützbalken, weil da kann ich jetzt nichts machen. Okay. Das heißt, wieder zurück. Ähm. Ach, was ist denn heute auch noch mal hier? Wenn ich mit allem drauf rüpfe, gehst du dann hier weiter. Und die Tür kriegt man wohl auch nicht auf, weil wir keine Meister sind. Wie auch immer. Okay. Wie auch immer. Ah 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 ah, hallo. Und du schiebst das Boot mal ins Wasser und dann springst du auch mal mit rein. Oh, die Höhle ist krank. Ich hoffe mal, das Boot sinkt nicht. Nein, es sieht aus als auch wahr. So, from stuck in a cave to marooned on an island stuck in a cave, things aren't exactly looking up for our friends now, are they? No, they're not. Der Typ erinnert Rapide an, äh, Hermann Susrot aus Monkey Island. Okay, da kommen wir nicht rüber. Das heißt, wir glättern erstmal hier hoch. Tut mir leid, hab keinen Cracker. Stupid parrot! Ein gerades Hohr. Wenn du das Boot von dir auf den anderen Seite auf den anderen Seite gehst, gib mir einen Ratsch. Und ich werde dich für die große Resikation. Die große Resikation? Shut up! Ich bin nicht sicher, wie du es mit dem Adorable Old Hermit verbringst. Aber der Boot nur drei Leute sitzt. Kann ich euch zu unseren drei Freunde sagen, dass sie den Boot über die Island sehr ruhig verbringst? Hehehehe. Ah, der muss weg. Der muss hoch, ich will, dass die da hinkommen. Runterstoßen will ich's nicht unbedingt. Weil dann komm ich da oben nicht mehr hin, oder? Mhm. Andererseits, dann komm ich, würde ich da weiter kommen. Aber die Zwillinge würde ich nicht mehr hinkriegen. Okay. Das geht natürlich auch nicht. Ah, das sieht so aus, als... Okay. Jaja. Dann soll jemand anders mal die Flagge da halten. Was ist jetzt hier passiert? Ich komm auch so hin. Ich komm auch so hin. Zwangsernährt. Ah, ich verstehe, was passiert ist. Sie wurden gezwungen zu essen. Dann fehlt eigentlich nur noch die erste von dem Dings. Ich frag mich, ob er dann als Meister sind, wenn wir die ganzen Dinger frei haben, oder wie auch immer. Okay. Da haben wir dann verschiedene Rohre noch. Hups. Hups. Ah, und hier geht's ins nächste Dings, wo wir auch wegkommen müssen. Was ist das? Trommeln? In der Dunkelheit? Äh, in der Tiefe? Oder wie es immer so hieß bei Dings? Oh, da hat man so Mais. Und ne Schachtel Cracker. Dann können wir den Power Guy mal geben. Und da fehlt das eine Rohr. Ah. Und da unten ist nochmal das letzte für die Archäologen. Hups. Ich bin ein ganz kleines bisschen zu weit besprungen. Und hab auf die falsche Taste gedrückt. Der richtige Moment. Auch ne Möglichkeit, wenn man die falsche Taste drückt, um wieder zurückzukommen. Okay. Da ist der dritte Piraten Dings. Da müssen wir wahrscheinlich mit den Zwillingen hingehen. Hier brauchen wir den nächsten Dings für hier. Und da haben wir noch eins für ein Gemälde für den Ritter. Wer wird uns retten? Ach. Halt. Da haben wir noch ein L-förmiges Teil. Ich lass das mal hier liegen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das hinmüsste. Dann gehen wir hier weiter. Hier muss es rein. Dann nehmen wir es doch gleich mal wieder mit und füllen es gleich mit rein. Wo war es? Hier hinten war es, glaube ich. So. Den Hebel können wir nicht betätigen, solange noch Wasser drin ist, wie es aussieht. So, da. Zumindest haben wir hier jetzt hier diesen Weg freigeschaltet. Er soll diese Flagge halten. Ich hole dir gleich einen Cracker, aber erst mal... So. Als allererstes legen wir die drei Hebel um. Kommt man so überhaupt raus? Ne. Mist. So kommen wir jetzt gar nicht lang. Was aber kein Problem sein dürfte. Wo war es denn? Was? Unten glaube ich, geil. Okay, hier haben wir wie ein Knochen wahrscheinlich für ein Hund. Wunder. Ah, aber bringt uns diese Fässer irgendwie irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Oh, bricht da hinten grad ein Vulkan aus. Ich nehme erstmal den Schachtelkräker und fütter ihn an den Papageien. Oh, ist ein guter Hund. Cool. Ich hab ein Papagei auf der Schulter. Okay, das mochte er, der Vogel nicht. Was? Er tatsächlich, da hinten bricht ein Vulkan aus. Zum zweiten Mal, dass ich da schon runterfalle. Zitze, zitze. Da braucht man das andere Rohr. Wo haben wir das eigentlich hingelegt? Das hier kommt hier rein. Fangen wir mal schon mal an, das rüber zu schieben. Das können wir ja schon mal machen. Dann sehen wir auch, wo es noch hängt. Hä? Wieso bin ich jetzt grad gestorben? Okay. Ah, ich hab's ja voll raus jetzt grad im Moment. also, ach Mist. Da komm ich nicht hoch. Ähm. Ja, gut. Äh, genau, den Knochen bräuchten wir noch. Der war doch hier irgendwo in der Nähe. Äh, genau, da unten war er. Dann holen wir uns doch den Knochen mal und benutzen. Schauen wir mal, ob er den mit dem Hund benutzen kann. Hä? Wo hat denn der Knochen? Ich bin mal gespannt. Ich weiß es. Um da das Ding rauszukriegen, müssen wir da wahrscheinlich sprengen oder so und da brauchen wir wahrscheinlich die Fässer oder so irgendwie. Ah, wir werden's sehen. äh.